Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um den kleinen GTA 6 League zum Thema Fahrzeuge, den ihr hier vor euch seht und gewissen Extras, die diese Fahrzeuge mit sich bringen. Die Extras, auf die werde ich später noch eingehen, jetzt erstmal zu diesen 100% bestätigten Fahrzeugen, die ihr hier vor euch seht, die auch schon in GTA 5 ihren festen Platz hatten und auch definitiv wieder in GTA 6 zu sehen sein werden. Das hier ist die kleine Liste, die die Seite GTAbase.com erstellt hat und zwar aufgrund des letzten großen Leaks, den es vor ein paar Wochen gab. Aus Datenschutzgründen haben sie jetzt leider nicht die Originalbilder aus dem großen Leak genommen, sondern um sich abzusichern, haben sie halt Bilder in GTA 5 gemacht und diese sollten uns aber denke ich auch ausreichen, um uns ein Bild zu machen. Und zwar zum Beispiel haben wir den Alpha oder den guten Gauntlet und ganz ganz viele andere bekannte Gesichter, die in GTA 5 eben auch schon ihren festen Platz hatten und die definitiv auch wieder in GTA 6 zu sehen sein werden. Diese Fahrzeuge, die ihr seht, sind zu 100% bestätigt durch diesen letzten massiven Leak und es gibt auch noch andere Fahrzeuge, die zu 100% bestätigt wurden, die allerdings bisher noch in keinem anderen GTA-Teil ihren Platz gefunden haben bzw. die noch nie irgendwo aufgetaucht sind. Und das ist diese kleine Liste hier. Das sind diese 18 Fahrzeuge, die im Endeffekt komplett neu sein werden in diesem neuen Teil und wenn ihr wissen wollt, wie die ausschauen, dann geht ihr einfach auf die Seite GTAbase.com und klickt auf diese kleinen Links, dann habt ihr kleine Bilder dazu. Dann, wie vorhin versprochen, gibt es noch bestimmte Features, die diese Fahrzeuge mit sich bringen werden, was es so auch noch in keinem anderen GTA-Teil gab bisher. Und zwar interaktive Gas, Bremse und ein Kupplungspedal. Also es scheint so, als ob man diese Pedale einzeln bedienen kann, genauso wie das Lenkrad und den Rückspiegel. Diese soll man wohl ebenfalls nach Belieben einstellen können. Dann eine Armlehnenposition kann man sich offenbar selbst wählen, genauso wie die Sitzposition und auch die Sitzneigung. Also ihr könnt quasi dann offenbar einen Liegesitz aus eurem Auto machen, um euch irgendwie vielleicht bei der Observation von bestimmten Gebäuden zu verstecken. Dann könnt ihr den Rückspiegel verstellen und ganz, ganz viele andere Sachen. Ich glaube, dass es richtig, richtig vielseitig werden wird, was man in GTA 6 alles machen kann. Und ich glaube, dass noch keiner auch nur den Hauch einer Ahnung hat, wie vielseitig und wie groß dieses Spiel werden wird und wie detailverliebt. Ich meine, sie lassen sich jetzt fast schon 10 Jahre Zeit mit der Entwicklung und wir alle wissen, dass Rockstar uns niemals enttäuschen wird. Dementsprechend wird die detailverliebtheit in diesem Spiel extrem groß sein. Und das war es dann auch schon zu diesem kurzen Leak zum Thema GTA 6 und deren Fahrzeuge. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like zu diesem Video freuen. Damit würdet ihr mich gratis unterstützen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.